Die Gemeinde Schönwalde-Glien lädt Sie und Ihre Familie herzlich ein zum diesjährigen Brandenburger Dorf- und Erntefest. Auf dem Dorfanger im Ortsteilpaaren im Glien erleben Sie am 12. September 2015 ab 9 Uhr ein Fest unter dem Motto Unsere Dörfer im Wandel der Zeit. Neben dem traditionellen Umzug der Erntewagen mit Gottesdienst und Krönung der Erntekönigin warten viele Überraschungen auf Sie. Altes Handwerk Landtechnik zum Angucken und Ausprobieren Frisch geerntete Feldfrüchte Offene Höfe entlang des Paarener Dorfangers und ein vielfältiges Bühnenprogramm. Ein Fest für Landliebhaber, Tierfreunde, Technikfreaks, Genießer und vor allem für Kinder. Paaren im Glien liegt nur 13 Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt, direkt am Hafenland Radwanderweg und an der A10. Sie erreichen uns über die Autobahnabfahrten Falkensee, Kremmen und Oberkrämer mit dem Bus 671 ab Spandau oder 659 ab Nauen. Weitere Informationen im Internet unter www.erntefest2015.de Wir freuen uns auf Sie!